hey freunde was geht herzlich willkommen zu einem neuen video hier vom kanal freunde und ich bin mir wieder eine runde mörder classic wir gehen da schon mal direkt rein so wir haben eine siebenprozentige chance um mörder zu werden ich bin wahrscheinlich eher der mein dass wir nicht mörder werden aber man kann es ja nie wissen alter wir sind unschuldig das spiel wurde auch ein bisschen geändert neue maps sind am start so bin für richtig nice jetzt geworden wir können hier aber jetzt auch seine main map das auf jeden fall richtig cool ist wir können jetzt hier jetzt die ganze map sehen da sehen wir glaube ich wo gold liegt oder so glaube ich keine ahnung oder nee das war die kaktien waren das gerade auf jeden fall ist es darauf deutsch sonst war es glaube ich immer in englisch vielleicht das noch weiß aber jetzt ist auf jeden fall in deutsch das ist auf jeden fall mega nice der erste ist tot und ich habe gesehen den mörder das war doch bestimmt her zwar nicht genau erkannt aber es kann er gewesen sein da ist gold meins ja endlich wir haben wir auch mal ein gold endlich ne da ist er ja gesehen lauf lauf sind steve skinner da wenn der gewinnt dann ist hier aber was los da ist er das ist das ist ein steve skinner da steve skinner sind ja meistens so die auch da denkt man ja das ist doch schlecht was erwartest du schnell weg schnell weg zu hinter mir bitte nicht er ist hinter mir okay ich muss weg muss weg muss weg lauf darf mich nicht kriegen aber er hatte kann auch sein schwert werfen das hat das alles schlimmste da dran dass der nächste tod lauf noch einer tod für wir haben jetzt zwei gold ne scheiße wir können aber nichts machen wir müssen uns einfach verstecken oh mein gott gibt es hier nicht oh das war hier zum p versteck oh gott hier ist auch einer einfach auf k gegangen hier fast ich dachte schon ja guten tag ne das ist einfach richtig so p versteck alter hat mich gesehen hat mich gesehen hat mich gesehen lauf das war doch nicht so gute idee da raus zu gehen lauf lauf nein ich packe man ich habe ich habe gebackt alter richtige scheiße man dass das warum muss ich den tag gerade fest baggen hat defack helfen sich nur zu zweit ich würde euch ja nicht nur zu zweit sein was das du für eine scheiße fünf prozent haben wir jetzt eben stand er als wieder nur zu zweit waren neunundsechzig prozent das war richtig krass gewesen er wenn wir auf jeden fall mörder oder sowas geworden sind da ach na die ist anscheinend ausgestopft die gold meint natürlich wie immer gemobst ein geheimgang wurde geöffnet okay ich glaube das war ja nicht okay da war der mörder schnell weg schnell weg schnell weg oh da ne gold habe ich perfekt hier ist auch kein gold sieht aber sehr schön aus hier hier liegt auch noch ein gold nice so hier war der mörder in der nähe okay dieses nicht liegt noch ein gold der mörder teilt echt echt extrem aus einer hier ist ja total leichen sagt junge was denn hier los aus der bogen ich hab den bogen sollte wenn wir ihn jetzt finden können wir ihn richtig abballern da müssen nur finden ich weiß leider noch nicht wer der mörder ist ja wurde gestoppt wir waren das jetzt mörder dark mesto aha okay gg auf jeden fall sag ja geil muss fünf kamer besser kann es nicht sein ey let's go und beide runden alle runden unschuldig ey ich bin auch so ein richtiger unschuldiger typ ey so dann gucken wir mal ob wir gleich tot sind oder noch leben man weiß es ja nie der mörder kann ja überall lauern und ich dann schön von hinten abstechen und ich geh mal hier weg weil ich hab irgendwie so gefühlt das ist der okay noch ist es ruhig er hat noch keinen umgebracht das könnte sich ja könnte sich aber gleich ganz schnell ändern siehst du da ist schon der erste fängt schon an ne liegt hier noch gold in der ecke nö natürlich nicht warum sollte okay der scheint nicht mörder zu sein scheint nicht mörder zu sein aber er lässt sich zeit digga war das war das der jetzt wer wer war das war das der typ den wir eben gerade hätte er ist einmal mir vorbeigelaufen ich hätte wenn das jetzt echt war halte da weit close und black hat weil wir können doch hier sehen hier können wir sehen wer das ist ja der hier ist es man der sogar einmal bei mir an mir vorbeigelaufen habe ich nicht gekillt um mann ich habe von mir dann würde ich sagen was das mit dem video also wenn du dieses video gefallen hat dann lass doch einfach mal eine gute bewertung da würde mich mega freuen und dann sehen wir uns einfach beim nächsten video wieder freunde habt noch einen schönen tag haut rein und tschüss bis jetzt Untertitelung des ZDF, 2020